heiho und willkommen zurück meine lieben burgbau und burgverteidigungsfreunde zum castle story unserem großbau projekt das immer mehr form annimmt und vielleicht haben wir glück und kriege diese aufnahme session 14 und vorletzten mehr arbeiter das ist vielleicht jeder gibt es ist da drüben Oh, sie haben schon da das erste Loch, weil die Erde grau, ne? Wirkt von zur Arbeit nicht komisch manchmal. Flutsch, flutsch. Oh, der legendäre Leck mal wieder. Oh, das war's. Ja, und ich habe natürlich wie immer nicht viel zu erzählen, weil gerade gearbeitet wird. Nur unsere weiteren Pläne, nämlich diesen Berg hier zu reduzieren. Und ja, da müssen wir auch irgendwann diese Rampe jetzt platt machen. Da Löcher füllen. Und alles Mögliche. Das haben wir ja zum Glück geschafft noch zu fixen. Aber das hier wird wohl etwas schwieriger werden, vor allem hier unten drunter. Äh, wofür ist die Treppe da, wenn ihr es da hoch schafft? Jedenfalls, dass Kassos oder so weiter von euch da hochgelaufen wäre. Oder halt runter, ja. Hm, diese bricht von uns immer. Oder auch hier hauen sie unten einfach Löcher rein, ey. Da guckt. Da. Was für ein Sinn das auch immer hat. Als ob das so eine Art random AI-Rampage drin ist. Habe ja noch so viel zu tun. Oh, da ist es mal wieder passiert. So, passiert es gleich wieder, oder? Nö. Doch. Also ja, das prägt die total durcheinander. Die wollen dann irgendwo hier unten noch rumgraben. Also da hat die KI definitiv noch einen richtig bösen Bug, ey. Äh, der Lonely Cube. Ui. Erinnert ihr euch noch an Faze? 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 hier schaut so gut aus daraus ist mittlerweile ein interessantes musste geworden wie ein komisches tier also vorderbeine kopf hinterbein jetzt sehr fette hinterbeine jetzt hast noch zwischenbeine das sieht langsam wirklich sehr interessant aus ja gut irgendwie klappt das hier ich nehme alles zurück so also ja immer wieder so hart micromanagement zu müssen ja 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 und schon wieder tuns zwei gleich schon fangen sie jetzt hier oben schon wieder an oder hier unten auch gut naja ich finde schon mal schön dass wir den fortschritt gemacht haben und diesen berg haben wir auch noch jede menge aka füllmaterialien so Mal gucken, was hast du wieder vor? Okay, du gehst abgeben, das ist gut. Du auch. Ja, hier wurde schon ein bisschen was weggeklopft. Mach mir mal das hier auch noch weg. Ja, hier wurde schon ein bisschen was weggeklopft. Ja, hier wurde schon ein bisschen was weggeklopft. Ich weiß nicht, was ich warst. Ich weiß nicht, was ich warst. Ich weiß nicht, was ich warst. Oh, heute ist es aber ordentlich necks. Mal wieder. Ich weiß nicht, was ich warst. 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 was ich warst. Untertitelung des ZDF, 2020 So, da ist das fast weg. Ja, hier drüben wäre auch noch so ein kleines Hügelchen, aber das können wir dann wegmachen, wenn wir da drüben sind. Noch 300 Punkte, bis zum nächsten Projektron. Yeah. Ich habe dir dein Grabenbefehl gegeben, führ ihn doch aus. Ich habe dir das. So, ich habe dir das. so dass du vielleicht noch so 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 Hm, interessant. Da habe ich gerade einen Fehler gemacht. Jetzt liegen da unten schon wieder Steine rum. So, dann mach noch die beiden weg, dann... ...richt da drüben hier. So. Damit ist das alles aus dem Weg. Oh, wir sind fertig. Sehr schön, dass es klappt. Macht es besser anders. So. Erst das Teil füllen, dann das hier. So. 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 So.